Hallo Leute, hier ist wieder Klassik Gaming mit Let's Play Pokémon Shorts 2. Ja, es geht weiter mit der nächsten Top 4. So, das hätten wir jetzt. Die hat eigentlich, glaube ich, undicht Pokémon. Also sollte ich mal meinen Pampharos weiter rüber tun, an erster Stelle. Aber es kann sein, dass ich mich auch irre. Katlea. Nee, ich irre mich eigentlich nicht. Doch, das ist ein Psycho-Pokémon. Scheiße. Ja, ich musste meine Pokémon ein bisschen wechseln. Aber meine Attacken sind nicht gerade die besten. Ich habe da nicht so gute Attacken gegen Psycho-Pokémon. Schon wieder Gainer, das gibt's doch nicht. Egal, eine Runde halte ich aus. Das Ding hat ziemlich viel, äh... Warte mal, wo ist Stratos heiß? Hier. Ziemlich viel Verteidigung. Spezialverteidigung. Aber das macht überhaupt nichts. Das kriege ich auch noch besiegt. Das ist alles kein Problem. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße halt. Aber ich schaff's trotzdem. Okay. Nochmal Stratos heiß. Ja, okay, schade. Wie ihr sehen könnt, leckt der Emulator wieder ein bisschen extrem. Scheiße. Das ist ein nicht endender Kreis hier. Komm, einmal Surfer, Atmurai. Besser machst du einmal Surfer. Ich verschwende schon über zwei Minuten an diesem einen Pokémon hier. Also das ist wirklich scheiße. Tja, jetzt ist es aber weg. Und jetzt kommt ein Zytomega. Zytomega. Moment mal. Moment mal. Das muss doch klappen. Ach, genau. Andersrum war's falsch. Jetzt. Mal. 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 Neuerholung, Hypertrank, genau, machen wir am besten so. Ich hoffe, es kann kein Scheiße. Das war sogar ein Scheiß-Volltreffer. Fuck. Ja, das war's. Ravigator ist weg. Hol ich mir mein Magma raus. So, sein drittes Pokémon wäre somit weg. Metagross, nein, da kann ich eigentlich mein Magma auch liegen lassen. Aber ich glaube, das hat, äh, diese Fähigkeit, nein, hat er nicht. Und Magma Level 87. Morbid Tess lasse ich auch Magma da. Gut. Alles noch kein Problem. Und ein Symbol Lager. Hol ich mein Ampharos raus. Und Ladungsstoß. Ach man, warum bist du nicht schneller am Fahrhaus? Gut. Und Katlea habe ich besiegt. Gut, jetzt bleibt nur noch einer übrig. Und das ist Eugen. Das ist dieser Kampf-Arena, äh, Romuda-Arena-Leiter. Das ist der Kampf-Top-4-Typ. So. Das ist der letzte, gegen den ich jetzt kämpfen werde hier. In diesem Part von Pokémon Schwarz-Zwei, äh, Schwarz-Zwei, ja. Folgt wieder Schwarz-Weiß. Wir können nicht sagen. Jui Testo. Gegen. Siyana. Mach ich Senkkopfstoß? Scheiße Ja ja, die Top-Beer-Penners sind gut vorbereitet Lucario Setz ich einen Borgengrauen ein? Scheiße Dann muss mein Faserslob ran Mit Luftschnitt Nochmal Luftschnitt Okay So, jetzt mache ich dann noch Top-Beleber auf Sianna Einen Moment Ich bin gleich wieder da So, da wäre ich wieder Ja, jetzt setze ich meinen Sianna ein Und zwar Zen-Kopfstoß Puh Gut Gut, jetzt kommt ein Wishu Gut Jetzt kommt ein Karadonis So, das müsste jetzt auch langen Nein, es hat Robustheit Das finde ich jetzt auch wieder scheiße Jetzt kommt noch ein Meistergriff Ja, ist auch weg Und noch ein Medi-Talis Sein letztes Pokémon Sein letztes Pokémon Fuck, Turmkick war richtig scheiße gerade Aber gut Perfekt Ich habe Eugen besiegt Gut, Leute Im nächsten Part Ich meine, der nächste Part wird der letzte sein Und Ja Dann seht ihr noch den Champ-Kampf nochmal Ich halte bis dahin meine Pokémon Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Es bleibt wie immer spannend Ich bin Marco von Classic Gaming Bis zum nächsten Mal Bei Pokémon Schwarz 2 Bye